Was sind die Grundrentenzeiten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Grundrente ist ja in aller Munde und im Mai 2019 soll ja ganz aktuell der Gesetzesentwurf von Hubertus Heil zur neuen oder zur Grundrente kommen. Nun, die VdK-Präsidentin, Frau Bendele, forderte in einem Beitrag oder in einem Interview, dass nun endlich doch mal die Grundrente kommen soll und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Der VdK vertritt ja ganz, ganz viele Menschen, die soziale Probleme haben oder auch in Rentenfragen dort sich an den VdK wenden. Und eine der Hauptforderungen der Frau Bendele ist auch, dass die Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I in die Grundrentenzeiten mit aufgenommen werden. Die Grundrentenzeiten sind laut einer Vorstellung aus einem Arbeitspapier vom Februar 2019 des Bundesarbeitsministeriums folgende Zeiten. Erstens, das sind sogenannte, also nicht sogenannte, das sind Pflichtbeitragszeiten, also Zeiten, in denen ich einen Nachweis bringe, dass ich arbeiten war oder Krankengeld bezogen habe. Das sind Zeiten der Erziehung und Pflege von, Erziehung der Kinder und sogenannte Pflegezeiten der Pflege nahe Angehöriger. Was nicht in die Grundrentenzeiten fällt, ist zurzeit ganz klar definiert keine freiwilligen Beitragszeiten und auch keine Rentenbezugszeiten wegen einer Erwerbsminderungsrente oder anderer vorzeitiger Altersrenten wegen Krankheit. Ganz stark in der Kritik und auch in der Diskussion in großen Teilen der Bevölkerung ist die Festlegung auf die 35 Jahre Grundrentenzeiten, denn viele Menschen haben aufgrund von Krankheit oder Lücken im Versicherungsverlauf gar nicht die Chance gehabt, diese 35 Jahre voll zu bekommen mit diesen entsprechenden Grundrentenzeiten. Das wird also nochmal zu einer ganz heftigen Diskussion sorgen, wenn der neue Gesetzesentwurf dann tatsächlich da ist. Da muss man dann halt schauen, wie sich der Gesetzgeber tatsächlich zu dieser Frage positioniert. Ganz starker Gegenwind auch jetzt am 6. Mai 2019 kommt von der CDU. Die CDU hat klipp und klar gesagt, ohne Bedürftigkeitsprüfung gibt es bei uns, gibt es mit uns keine Grundrente. Ich habe fast den Eindruck, die CDU befürchtet hier den Eintritt des Sozialismus, was natürlich gelinde gesagt völliger Blödsinn ist. Näheres zu diesem Thema und zum Thema der Grundrente, Grundrentenzeiten, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.